Vergrößern verkleinern Kylian Mbappe Er wechselte gemeinsam mit Neymar vor dieser Saison zu Paris Saint-Germain Urheberrecht Gettie mit steilen Wittern E-Mail-Kommentare. Kylian Mbappe bricht bei der PSG-Niederlage beim FC Bayern einen Torrekord. Mit seiner Bestmarke lässt er auch Lionel Messi und Wayne Rooney weit hinter sich. Zwar hat Paris Saint-Germain am letzten Gruppenspieltag in der Champions League mit der 13-Niederlage gegen den FC Bayern. Einen Dämpfer erfahren, dennoch gab es für die Franzosen insbesondere für Sturmjuwel Kylian Mbappe etwas zu feiern. Zum einen natürlich den ersten Platz in der Gruppe B und zudem einen Rekord des 18-Jahre-Alten-Mahlzugangs. Als PORT1-Tippspiel jetzt die Champions League tippen und eine von 10 PlayStation 4 Pro gewinnen. Mbappe kühlte sich mit seinem Treffer gegen den Rekordmeister zum jüngsten Spieler überhaupt, der in der Champions League die 10-Treffermarke erreichte. Twitter.com.ortak an Status 938156582503895044. Bisher war sein Landsmann Karim Benzema Rekordhalter mit 20 Jahren, 10 Monaten und 2 Tagen. Auch Lionel Nessie, Raul oder Wayne Rooney können mit dem PSG starten. Mithalten die Rangliste der jüngsten Spieler mit 10 Champions League-Toren im Überblick einen Karien Mbappe Paris Saint-Germain 18 Jahre, 11 Monate, 15 Tage 2, Karim Benzema Olympique Lyon 20 Jahre, 10 Monate, 2 Tage 3, Javier Saviola FC Barcelona 21 Jahre, 3 Monate, 0 Tage 4, Javier Saviola FC Barcelona 21 Jahre, 3 Monate, 7 Tage 5, Raul Real Madrid 21 Jahre, 3 Monate, 24 Tage 6, Wien Rooney Manchester United 22 Jahre, 0 Monate, 14 Tage teilen bitte an E-Mail-Kommentare bitte bewerten Sie diesen Artikel. Wien Rooney Centre 19276901.